Liebe Freunde, hier haben wir eine schöne Amerikaner Collection und unter anderem einen alten Buick Schau mal diese bullige Form an Diese Stahlstange, wirklich eine Stahlstange, voll aus Chrom den konnte man noch stossen, den konnte man noch einen Wagen wegstossen ohne selber eine Beschädigung zu haben mit einem Vierplätzer Buick mit dem schönen Automat innen durch mit silbernen Sitzen, habt ihr das schon mal gesehen? Das passt natürlich absolut zum Auto Ich kann es nur so sagen, die Schwämme von diesen alten Amerikaner Wagen so früh, diesen Lächtern, wahrscheinlich aus den 70er Jahren noch von GM General Motors gemütliche Vierplätze soll immer sein, Automat Selten, sehr sehr selten dieses Modell ich weiß nicht genau, ob es ein Buick... Ich kann es nicht sagen welches Modell... Ihr könnt es mir sagen, lasst mich überraschen und wie immer, auch bei den Amerikaner Wagen hat man in den Lichtern hinten dann die Jahreszahl von dem Wagen auch gesehen und wie immer, auch bei den Amerikanern und wie immer, auch bei den Amerikanern